Hallo, ich bin der Charlie, leite hier in Burladingel bei Trigema die Strickerei. Ich bin seit 46 Jahren bei der Firma und mir gefällt es hier. Wir haben hier eine Rundstrickerei mit Rundstrickmaschinen, das bedeutet, dass die Maschinen immer im Kreis herumlaufen. So eine Maschine hat ca. 2000 Nahten und hat ungefähr 100 Stricksysteme. Das bedeutet, dass so 100 Omas nebeneinander sitzen würden und mit einer Stricknaht eine Masche bilden würden. Andersrum gesagt bedeutet es, dass die Strickmaschine bei einer Umdrehung 100 mal die 2000 Maschen macht. Das bedeutet wiederum, dass sie in einer Minute bei einer gewissen Drehzahl über 5 Millionen Maschen macht. zu einem Stoff, aus dem wir nachher T-Shirts fertigen. T-Shirts, Sweatshirts, Jogginghosen, Radlerhemden, alles mögliche. Wir verarbeiten hier abzeit Baumwollgarme, Baumwollmischgarme. Wir verarbeiten natürlich auch Biozell oder Wolle. Im Prinzip können wir alles verarbeiten, was der Markt an Garmen hergibt. Wir verarbeiten hier bei Trigema in einem Tag so viel Stoff, dass man zwischen 6 und 7 Fußballfelder komplett belegen könnte. Das war's hier aus Borladingen aus der Strickerei. Und hiermit verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.